Starlight Express! Ja, liebe Leute, wir sind heute beim Starlight Express! Und wir gehen da jetzt rein, das wird mega cool. Woop woop, tschuk 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 tschuk. Schon cool. Gleis 2. Bitte alle einsteigen, Türen schließen. Chuchu. Schuu 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 Musik Musik Wir sind fertig oder wir sind raus. Das war echt cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ein sehr, sehr, sehr schönes Musical. Ein bisschen haben sie es abgeändert übrigens. Habe ich dir ja noch gar nicht gesagt. Also ein bisschen ist es anders als wie damals, wo ich als Kind mal drin war. Aber nicht viel anders da. Und es ist echt gut. Also toll, ich könnte es mir glatt nochmal anschauen jetzt direkt. Ich bin dabei. Bist dabei? Okay, aufgehen wir wieder. Nein, Spaß. So, ja, wir machen uns jetzt nach Hause. Wie man ja sehen kann, es ist spät. Und ja, dann geht es in die Haare und morgen haben wir dann noch Zoo. Ja, da freue ich mich auch schon mega drauf. Und hoffe ich seid ihr dann auch mit dabei. Winke, winke.